ha ha, wie geht das? tschüss wieder, was hat es zu minecraft? joa, so also ich hab jetzt ein bisschen mal so angeschaut, wie wir den Ofer bauen ein bisschen heranprobiert ein bisschen da, ein bisschen hier ein bisschen getestet ein bisschen geschaut, wie es laufen könnte joa und jetzt sollte ich mal sagen, jetzt bauen wir so ein Grundstruktur auf wo das Hauptding drauf kommt es ist perfekt ist es so das können wir jetzt erst mal so machen so jetzt können wir erst mal neun öfen her und ja ich habe einiges ausprobiert und das ist eindeutig die sinnvollste art ist zum bauern deswegen bauen wir jetzt erst mal die da noch mal ab und dann schauen wir wo wir da hin kommen brauchen wir dann da auf alle fälle eine loading station für unsere befüllungsminecord jetzt brauchen wir einmal clean stone das muss ich genau gehen wir brauchen immer ein boot dann braucht man eine kiste man sieht brauchen wir ein kisten mein card richter brauchen wir noch haben wir noch trichter äh trichter boot trichter machen wir später aber nicht jetzt äh minu trichter 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 dann 2 ok dann müssen wir uns irgendwo rein bauen die und an das ist 2 wirklich brauche wir brauchen und noch 3 5 da da war das über dass auch nur so viel gerade um das 30 zum beispiel 3 1 oder 2 2 kann der war das ich hab mir jetzt schon ein bisschen so 2 Meter jetzt einfach mal 3, 6 und meine 10 oder so keine Ahnung hier haben wir mindestens so ein Stick Ding aus dann brauchen wir Kisten dafür natürlich so Trichter machen wir einfach einige mal brauchen wir die oben oder die unten also alles gut so was ist jetzt der Plan dahinter und eins das ist zum sagen zum schmelzen da wenn wir jetzt da hätten wir noch einen Block Platz wenn es jetzt wirklich wäre dass man da drin sagt ja dann machen wir jetzt noch ein Ding aber im Prinzip sollte das so funktionieren also so dafür müssen wir jetzt Titbox ausschalten ja gut ne ist ja jetzt irgendwie bisschen blöd so ähh da aber wir machen dann damit nichts mehr also also ich finde es an sich angenehmer ist so zum schirm wo ist jetzt das boot wieder als unangenehm wenn es geschwitzt ist zum glück mit also lebebt das ist mir so gut wie möglich zum sitzen das ist da habe ich mal das geht einfach nicht aber um sinnvoll sind wir außerem das direkt machen ich kann mir sonst nicht aus und schnell vorbeigehen ist einfach doch noch mal ein bisschen die planen so also müssen wir jetzt hier die hitboxen müssen wir einfach schauen erst mal dass die hitbox jeden trichter berührt ist ein bisschen die richtung schimpf schagura schagura ist gut dann war jetzt das ziel oh scheiße jetzt will ich es wieder berührt wir haben bestimmt noch I hate it I hate it so much so ich werde jetzt mal sagen wir machen da ein Ding da frei ich habe es genau das mit dem ein Ding ne es ist genau das Ziel perfekt wir brauchen mal Ohrenzombie jetzt haben wir einfach Ohrenzombie so ich hoffe dass der Brotumaro zurück wird ah perfekt Zombie ist da noch ein Skelett jetzt komm da kann wieder eine obwohl ich sagen muss ich müsste denn erst woanders hier sitzen warum die schon wieder so komisch ein Bug hat die Küsten keine Ahnung keine Ahnung kommen sie kommen sie hallo hallo ich glaube doch der kann das kommen sie kommen sie ich spelle ihn jetzt mal kurz da hinten nein das war halt nur ein Käfig weil ja Was machst du eigentlich von mir? Mensch, ich muss doch bloß schnell einspüren. Mensch. Simon, es ist so schwierig, ein Zombie zu spüren. Bleib jetzt da. Mensch. Oh, okay. Okay. So. 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 Damit macht man dann mehr oder weniger unser Boot da safe her. Dann haben wir das Problem nicht. Ohne, dass es dann nirgends drin ist. Das wundert mich schon irgendwie. Gut, dann können wir auf alle Fälle jetzt mal das machen. Einmal das. Dann braucht man einen Hebel. Da hat man bestimmt irgendwo an. Dann haben wir wieder keine Sticks dabei. Ich wundere, dass wir einen Hebel dort haben. Ich dachte, dass wir einen bestimmten Hebel dort rumchillen haben werden. Aber egal. So. Jetzt haben wir nämlich das da irgendwie so einig. Ich verstehe jetzt selber nicht so ganz, wie das funktioniert. Wenn wir das auf alle Fälle da irgendwie einrasten lassen oder so. Und dann. Ich weiß ja nicht so ganz, wie das funktioniert mit dem Ding. Oder vielleicht kann sich das dann einfach nicht mehr bewegen, wenn ich das richtig verstanden habe. Das macht man jetzt bei dem Ding da vorne, dass das Boot noch mal weg kann. Und ja. Das ist jetzt erstmal der Plan. Jetzt kommen wir doch nicht hin. So geil. Ich habe keine Ahnung, wo der jetzt ist. Ich kann jetzt einfach überall sein. Ich kann jetzt einfach überall sein. Ich kann da einfach in der Mütten sein. Und jetzt. Ich kann das nicht mehr weg so weit hin. So. So. kein plan oder hier ist der von seinem Nein, ich gebe mal. Nein! Du bist verschoben. Oh, ich spür jetzt noch. Ich spür jetzt noch. Ich spür jetzt vielleicht noch mal. Und noch mal. T-T-T... Oh, das stimmt, aber es kommt uns auf. so an und die zur sache ist mein vorm an der war für opfer ist einfach kann sich bloß nicht vor herum machen weil es nicht dass er da gegen setzen kann jetzt mein problem so ist jetzt richtig perfekt gut dann können wir die sachen wieder platzen die wir jetzt aufgemacht haben genau so jetzt müssen wir das geld jetzt kann man auf die kistenbrot zur zugreifen müssen wir nur schiften schleichen und rechtsklicken das ist natürlich nicht so praktisch schauen wir dann natürlich noch mal an naja allzeit bereiten gefährten da unbedingt bei uns mitglied sein möchte ich in unserer kommune da ich habe ein bisschen licht und könnte hier hier rüber jetzt ich muss mit schichter fahren mich jetzt schichtwechseln mal jetzt gemäntlich mal was sie musste wieder rauf suchen bei den nachbarn drum Das ist schon ein bisschen belastend, das wird eh immer von den Nachbarn holen muss, wenn es da Schichtwechsel gibt. Jetzt habe ich kein Spitzock mehr, genau jetzt habe ich kein Spitzock mehr, nichts mit dem Verrutschen. Was ist denn jetzt wieder? Was wird denn das? Schichtwechsel nicht da drüben bei den Nachbarn. Mensch, das wird ihm eine Sondereinladung bringen muss. Sitzt er jetzt drüben im Boot? Ja. Ich weiß gar nicht ob ich den... Ich glaube ich kann ihn nicht so abwenden. Mal schon. Oh, ich kann es rein. Du musst dir doch das Ding geben. Ah. Ich habe einen Schmelzer. Gut, dann haben wir jetzt unseren Schmelzer-Seppen da, wo du aufpasst. Perfekt. Perfekt. Jetzt können wir einfach das Trumbo zugreifen ohne Probleme. Müssen wir was noch umzumachen. Perfekt. Dann nehmen wir wieder das Druckblatt nochmal hin. Bam, bam, bam. Und schon haben wir da kein... ins Boot. Wenn das sonst nicht geht. Aber... So, jetzt hat das Problem seid ihr gemeint. Wie geht es jetzt an das Eingemachte? Also... Dann müssen wir uns unser Inventar ausladen. Weil ich mal das ganze Bambus da raus da muss. Also, wir haben jetzt so viel Müll dabei. Wir proben jetzt mal wieder, wie du teilweise so viel Zeit zusammenkommst. Das ist krass. Wir haben immer wieder so viel Müll zusammen. Die, 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 die. So. Und natürlich brauchen wir am Schluss ja dann auch... ... Die, die, die... ... ... ... ... ... ... ... wieder in der Kiste leiten können und 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 das ist es auch so. Aber wir haben auch immer noch Schienen. Ich brauche ja kurz Schienen. Ach ja, jetzt können wir pennen gehen. Jetzt können wir jetzt pennen gehen. Jetzt ist der Sepia unten drin. Gut, die brauchen wir jetzt auch nicht mehr. Wir haben jetzt mit den Hutbüchsen. Dann sind wir soweit durch. Ah scheiße, mit Maschinenbrot. Mit Maschinen braucht. Schienen. Kilo. Ehh. Das ist so gut mit dem. Ja. Das ist so gut. Das ist so gut. Ich glaube, das haben wir wirklich nicht genommen. So. So. Haben wir noch... Clean Stone gehabt vorher. Ja. 3 1. Wie viel haben wir noch gehabt? 3 2. Ja, naja. Nicht so wirklich viel. Ne. Was ist eigentlich los. Bei was stehst du ein? Weil Spotify, dass jedes Liter gleich laut ist. Und dann geht es unterschiedlich laut. Und dann geht es nicht so gut. Jetzt muss ich das noch mal kurz ein bisschen visualisieren. Jetzt machen wir ganz Sinn. manten das jetzt so. Keinen da zur Mittagは? Der Brot. Ehhh, otros kurz. Hier � 마무� Tri以外や. Dann... wir haben eine protection stimmt wir haben eine protection was schießt mir denn da ab oder ach das waren die pfeile die wir da rundlegen haben ich glaube schon ja kämpft davor weil ich da nicht ausgelegt habe wo er wenn man ausgleichten und es ist gleich vorbei so sagt dann nur wenn man direkt sieht das jetzt richtig das ist eher witzig wie der einfach da so ich dachte mir sagen wir haben wahrscheinlich äußern trichterei laufen lassen dass wir das problem gar nicht haben aber das fast wiederum dass mir das so wie das griff sowieso also und ist der wanzer zum bahn bereits mal bis los was schwierig uns manchmal second wo sie nur mindestens so was wir können sie doch hier kann ruhig ich mich also ja danke ist ist wieder doppelten macht was genau ist er wurscht nur uns und dann doch noch mal was weg machen dass ich doch schön her kann ist das ist kein weg das machen wir weg so das müssen wir auch noch weg machen Wir müssen mindestens die Sigma das noch hinbekommen. Da kommt unser Fockele hier. Fockele, Bockele. Amen. Redstone Fockele. So, dann leuchtet das. Das leuchtet, würde es dann nicht leuchten sein. So, jetzt können wir mal die Sachen machen, wo ich die kann. Was positiv ist, da wird die Leitung hier. Du weißt, ich kann da richtig schön die Leitung überlegen. Genau wie von der anderen Seite. Aber da legen wir es ein bisschen anders her. Weil dann nämlich lieber da herkommen wir da. Legt auf der Hände da vorne. Außer da neben irgendwie. Hinten können wir dann sowieso irgendwann nicht mehr. Also, müssen wir eventuell irgendwie so machen, dass wir noch einen Zugang geschafft haben oder so. Hm. Da kommen wir ja auch noch Trichter her. Und dann hast du es eh schon verkackt eigentlich. Das ist aber vielleicht da hinten noch einen Zugang geschafft. So ähnlich wie wir das O-Mod vorhaben. Jetzt brauchen wir erstmal das Brot von der vorne. Das Brot brauchen wir. Genau. Ähm. Und dann nehmen wir keinen Cleanstone mehr. Clean. 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 Cleanstone. Ne. Stufen hätten wir noch. Da müssen wir sowieso was brennen. Also, gibt es da keine Diskussion mehr. Ja. Das. Über das Steak. Und dann geht es weiter. Ah. Jetzt hätten wir. Hm. Jetzt hätten wir. Jetzt hätten wir. Hm. Jetzt hätten wir einfach die Ducks mitnehmen können. Die wollen wir noch haben. Das ohne Seiten so mal verbinden. Die ohne Seiten verbinden. Schauen wie wir es drum machen. Ja. Es sieht hier immer komplizierter aus wie es ist. Find ich. Weil. Im Endeffekt. Das muss eh immer bloß. Wann sonst andere woanders setzen. Und schon. Das Ding ist wohl jetzt noch mal leicht. Okay. dann haben wir schon so weit durch mit der steuerung dass wir noch hinterher kommen deswegen der täftel oder so da drei mal also wir brauchen jetzt drei mal repeater machen wir schon mal zwei ganz interessant zwei repeater peter wieder wieder repeater jetzt muss man leider war so an doch momentan kaputt gelassen da kann ich nix ändern drum jetzt nehmen wir dies waren da rein jetzt ist das ganze zeigen ich weiß nicht ob das reicht wenn ich überlegt dass ich bei dann so übel verbrauchte das ist nur die ohne seite noch schlossen wenn man mal sagt dass du einfach immer die außen haben das müssen wir eigentlich den spieler umsetzen oder mehr setzen es ist hand immer die äußern wo erst wachsen immer den mann zu sitzen den versetzt das ist nicht gut exekunde blicktes die jetzt so viele wandert noch mal richtiges problem das ist was was mich schon nervt so jetzt muss man schnell mehr ein eigensignal geben weil das ding das du nicht mehr merkt jetzt schauen wir mal wie es ist ob das jetzt öfter oder weniger dort schau das ist schon wieder eins gewachsen das ist das ober wie die überhaupt so wo wollen wir jetzt zu stäbeln wir haben wir da wir haben da was noch braucht braucht ist es dies zwei redstone blöcke brauchen wir nur eine lustige weise genau so okay so so das kommt dann woher oder perfekt so oder schon wieder geschalten davon überlegt ob man vielleicht wo und wo dann machen ob das gefühl immer dann wo es wächst was natürlich dann ein ding nicht aber das zum beispiel also der wartelpunkt ist mehr oder weniger so viel verschenkt zeit deswegen habe ich ja teilweise unsere testssachen immer so an alle punkte weil es mir einfach nervt wenn ich etwas ausprobieren dann muss ich mir ewig warten auch wenn ich tics wieder aufgestellte oder so nötig so was zum jetzt was war jetzt hopper takts brauchen jetzt nur herr protect auch mal wo die kämme die olle brauche ddp ddp Ah genau, Power Drills brauchen wir, Power Drills, die Frage ist, haben wir doch nicht neu gehört, die haben wir doch letztes mal gebraucht, für diese hin und her fahrereigeschichte, ich habe gemeint, ich habe da noch Power Drills gehört, aber wo sind die hier gekommen, wo sind die hier gekommen, ich war ja oben an die Kisten, habe ich es nicht gesehen, ich weiß jetzt auch nicht gerade, wo ich die sonst zielte, da waren sie auch nicht, da ist noch Kabel und so drin, dann schauen wir nochmal oben an, das gibt es ja nicht, Sensor, Aktivierungsschiene, ich war mir sicher, dass ich noch drin geschehen habe, weil wir haben ja kein Geld mehr, also ich kann ja gar kein bauen, das ist ja das nächste, das ist ja das nächste, das ist ja das nächste Problem, hm, das Horst dann so fei, wir müssen mal umschauen, weil ich vielleicht doch drum habe, ey, wisst ihr jetzt nicht, wo ich die hier habe, bin jetzt ehrlich, ich brauche keinen Plan, wo die sind, ich hoffe, dass du einen Fassel haben, er war da hinten jetzt erst abbaut, und, äh, da sind noch keine Power Drills, ja, spring mal wieder irgendwas in die Luft, scheiß Viech, müssen wir da unbedingt zumachen, hast du da drinnen am Block Cloud? ich suchste, trau dich bloß nicht, komm doch, komm doch, komm doch, komm doch, komm doch, komm doch, er kommt nicht her, weil er doch nicht herporten kann, der Hosenpisser, komm doch, Mensch, also, auch keine, aber da haben wir Goldklumpen, haben wir Goldklumpen, das ermöglicht uns welche zu machen, okay, game is changed, wir brauchen drei Schienen, wir brauchen Sixy glaube ich raus, wir brauchen 6 Ingots, 6 Ingots, 6 Ingots brauchen wir, 6 Ingots brauchen wir, 6 Ingots brauchen wir, oh ja, perfekt, dann können wir jetzt das, wo, ha, genau das brauchen wir jetzt, also, und dann brauchen wir, 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 eine Trichterlohre, bbbm, warum, weil Trichterlohrens Haaren schnell aus dem anderen Trichter rausziehen, ganz einfach, ganz einfach, ganz einfach, ähm, was brauchen wir jetzt nur, wir brauchen nur mehr Trichter natürlich, und brauchen wir nur, zwei glaube ich, zwei Trichter brauchen wir glaube ich, oder, zwei, 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 ja genau, zwei brauchen wir nur, jetzt ich will extrem, was man braucht, braucht hätten, äh, eins, zwei, dann, redstone, redstone, schnigen, einer, wir brauchen wir nur mal, äh, halt das, braucht man natürlich nur mehr, wenn wir natürlich die unten, die auch die ja an brauchen, also, vier, neun, äh, wahrscheinlich, jetzt ist es auch schon wurscht, ich habe noch vergessen, dass das schon, ähm, acht, so, dann, zwei, 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 doch, doch, und doch, ist es, doch, gefüllt, dann, doch, okay, man Trichter, hier, da könnte nur ein, locker, gehen wir auf, oder, noch mal das, so 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 das einzige problem ist glaube ich wenn das komplett voll ist es kann sein dass es hinhaut aber wenn dann müssen wir jetzt schnell mal da eingreifen aber es soll jetzt problem sei so dann muss man da unten noch richtig place das muss man das zeig weg machen das ist natürlich nicht so was am bohnen so ich merke gerade wir kommen ja da hinten da eigentlich war es dann sinnvoll wenn man sagt man baut so eine stufe her da so her kommt das konto einer dann kannst du mich auch so du hast irgendwie so ein erwartungs ding du musst du herkommst du herkommst aber gleichzeitig du auch rauskommst wenn es ist genau brauchen wir jetzt so einen block dem wir zentralisieren können wieder mal so so perfekt gut dieser block symbolisiert gerade kisten so hat jetzt einmal mal den machen das nicht komplett so lade ich fahr die ausschaut immer den bohnen genauer und weiß ich nicht deswegen erst mal so so also das prinzip ist so wie gerne her und dann muss man vielleicht am mini zu bringen ja jetzt geht es wirklich schnell jetzt weiß ich nicht wie gut das funktioniert muss jetzt schauen wenn es la wird geht es euch außer oder es ist schnell und es ist wirklich schnell also die handel wirklich schnell das mit ostek aus oder messen recht uns jetzt müssen wir es jetzt aber reihe das ist jetzt das problem so über den kabel das ist das problem das muss kurz mal ausschubsen ist so ultravoll ist natürlich jetzt so üblich normalerweise soll es gar nicht so viel werden ist mir schon aufgefallen aber das wird auf dauer immer wieder passieren aber schaut man sagt jetzt es funktioniert auch wenn es so voll ist und dann fahrt es der rund um bringt ein bambus überall hin ihr hofft dass es gescheit funktioniert 26 wieso wirst du da bloß ohne verstehe das einfach nicht es macht für mich überhaupt keinen sinn es ist da bloß so wenig einigtut der zwartz macht es wahrscheinlich nicht besser das war jetzt das ein test ding ich mache jetzt nur zwartz minecord mit dem eine so genau im gegenrhythmus lauf dass da immer zwei runde fahren ich werde da jetzt einfach so ich baue jetzt einfach schnell und zwei ich habe keine lust extra auf jetzt zum gehen und dann probieren wir jetzt aus ob das funktionieren wird wieso forst du nur weiter ja ja jetzt sind wir soweit und dann stackt es aber ich will noch mal wir kommen habe ich so das wie hier Ah ja, klar. Jetzt kommt nichts mehr. Jetzt ist nichts mehr da. Jetzt kann es nichts Es ist eine Form. Ich habe eine Waffe für eine Redstone. Ich habe das ein für Pisa. So, jetzt kommt da wieder was. Oh, nicht fei. Ich schau jetzt mal, oh, fei da raus geht einfach. Deswegen ist das auch ein, der Test wäre so schnell gegangen. Ja gut, ob das so funktioniert und wie es funktioniert, das sehen wir dann in Zukunft. Was so verbesserungswürdig ist und was wirklich Sinn macht. Mal gucken. Ich werde jetzt ein bissel mal da hinfahren, das Ganze. Ich werde jetzt mal noch ein bissel Kabel reinhauen. Ja, wie es halt jetzt praktisch war, jetzt muss ich halt nicht die ganze gucken. Ich kann halt einfach mal Sachen reinschmeißen, ohne zum Nachdenken. Clean's tun oder so, kann man allweil brauchen. Also, mein Gott. Ist halt jetzt mal so, ne? Ich werde jetzt mal geschmolzen. Ganz einfach. Ich habe ja auch schon gesucht. Ganz ehrlich, wenn es mal alles sich vorher hat, mehr oder weniger. Was möchtest du machen? Schau dir mal die Sachen an. Das ist immer noch nicht geändert. Ich werde es nicht wundern, wenn du jetzt irgendwann mal hinten den Ding findet. den Kabel oder so. Na, war, habe ich den nicht schon? Den Kabel habe ich schon gefunden, ne? Genau. Deswegen sage ich ja. Also. Bis morgen. Und wenn sie sich vorhin hat, lass es auch da lassen. Ich da. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Was compartiert das? Untertitelung des ZDF, 2020